So, wir haben heute den Patrick Falk hier am letzten Tag seiner Schulung. Die Schulung ist erfolgreich beendet worden. Patrick hat schon schriftlich eine Bewertung abgegeben. Aber wir haben Patrick gebeten, mal persönlich vor die Kamera zu treten und seine Meinung zu sagen. Patrick, nochmal vielen Dank, dass du hier warst und vielen Dank an die Auftraggeber. Wie fühlst du dich? Hat dir die Schulung was gebracht? Die hat mir sehr viel gebracht. Die hat mich, wie soll ich sagen, die hat mir ins richtige Licht geführt, wie man eine professionelle Reinigung von einem Auto oder von einem Fahrzeug durchführen kann, wo ich vorher noch nie so gesehen habe. Ich habe wirklich großen Respekt. Dankeschön. Und ich bin perplex. Ohne Worte. Ohne Worte. Vielen Dank, dass du hier warst. Bis bald. Vielen Dank.